Der blaue Podcast FPÖ aktuell Österreich, allen voran die Bundeshauptstadt Wien, wird derzeit von Kindern und Jugendlichen hauptsächlich aus Syrien geflutet. Allein in Wien sind es monatlich 350, die aufgrund von sogenannten Familienzusammenführungen bei uns leben und versorgt werden dürfen. Anerkannte Flüchtlinge können nämlich unter bestimmten Bedingungen Ehepartner und leibliche minderjährige Kinder und Verwandte nachholen. Ich bin jetzt übers Internet mit FPÖ-Bildungssprecher Hermann Brückel verbunden. Grüß Gott. Schönen guten Tag Herr Reismann und liebe Grüße nach Wien. Herr Abgeordneter, jetzt einmal zum Grundsätzlichen. Diese gesetzmäßig verankerten Familienzusammenführungen sind ja eigentlich nichts anderes als eine versteckte Migration aus wirtschaftlichen Gründen, eben unter dem Deckmantel des Asyls, oder? Ich würde das gar nicht mehr als versteckte Migration bezeichnen. Hier wird der Masseneinwanderung nach Österreich Tür und Tor geöffnet. Und Asyl wird hier nur als Vorwand, als Deckmantel benutzt, um eben aus wirtschaftlichen Gründen nach Österreich zu kommen. Das ist ja nicht erst seit gestern der Fall. Ich kann diese Menschen schon verstehen, die sich hier persönlich verbessern wollen. Aber man muss ja eines auch ganz klar ansprechen. Es fehlt ihnen oftmals an Bildung, an Ausbildung. Vielfach fehlt es ihnen an Leistungswillen und ganz besonders oft auch an Integrationswillen. Und Konflikte sind hier vorprogrammiert und wir importieren uns hier damit diese Probleme. Und die derzeitige Regierung, und das ist das Schlimme, Die derzeitige schwarz-grüne Regierung löst diese selbst geschaffenen Probleme ganz einfach nicht. Ich möchte Ihnen hier ein kurzes Beispiel geben, weil es sehr aktuell ist. Alleine im Vorjahr, also seit Jänner 2023, sind etwa 4000 schulpflichtige Kinder und Jugendliche im Zuge dieser Zusammenführung von Syrien nach Österreich gekommen. Das heißt also im Durchschnitt 350 Schülerinnen und Schüler pro Monat oder, um es sich noch besser vorstellen zu können, 14 Schulklassen pro Monat, die hier aus Syrien nach Österreich gekommen sind. Und gleichzeitig fordert nunmehr der Herr Innenminister medial, dass er wieder nach Syrien abschieben möchte. Also das ist doch ganz einfach unehrlich. Das ist doch eine ganz unehrliche Politik, die hier schwarz und grün betreiben. Ich stelle mir auch vor, dass es recht schwer ist, das Verwandtschaftsverhältnis zum Asylanten zu verifizieren und zu klären. Hier wird sicher oft gelogen, wenn da zum Beispiel Mitglieder von Großfamilien aus Syrien nach Österreich wollen. Das wird sicherlich auch passieren. Das größere Problem aber, das ich hier sehe, durch diese Zusammenführung bilden sich immer größere Parallelgesellschaften, die es ja schon gibt in Österreich. Und wir Freiheitliche haben schon vor 20, vor 30 Jahren genau davor gewarnt. Und heute haben wir die damit einhergehenden Probleme hier in Österreich. Es fehlt an Wohnungen, das Sozialsystem ist überlastet, weil viel Steuergeld in die Bereiche Asyl, Zuwanderung, Integration usw. fließt. Und ganz besonders aber auch leidet leider unser Bildungssystem genau unter diesen Bedingungen. Allein im Vorjahr sind etwa 7.000 Kinder und Jugendliche auf diese Weise ins Land zu uns gekommen. Und für die gilt hier natürlich in Österreich die Schulpflicht. Wie geht das dann vonstatten? Dazu muss ich sagen, dass das ja nicht einfach abgearbeitet wird, im Sinne, die Schüler kommen jetzt ins Klassenzimmer und beteiligen sich am Unterricht ganz normal. Die können ja nicht Deutsch, wenn sie da jetzt ins Klassenzimmer kommen. Und daher können sie dem Unterricht auch nicht folgen. Und das wiederum überfordert viele Lehrkräfte in den Schulen. Und damit einhergehend ist direkt verbunden natürlich auch eine Deattraktivierung des Lehrberufes, was in Zeiten eines akuten Lehrermangels, das muss man ja auch sagen, was in Zeiten eines akuten Lehrermangels nicht gerade von Vorteil ist. Aber ein zweites Problem, das sich hier auch stellt, ist ja, dass man einen Mehraufwand betreiben muss, weil man sich um diese Migrantenkinder ganz einfach als Lehrerin, als Lehrer ganz einfach mehr annehmen muss. Und das geht natürlich auf Kosten der Bildung der anderen Schüler, nämlich jener Schüler, die dem Unterricht sehr wohl folgen können. Und das ist an sich das Dramatische an dieser ganzen Sache in dieser Situation, weil dadurch einfach unser Bildungssystem insgesamt leidet. Vor allem aber leiden die einzelnen Schüler in ihrem Fortkommen. In vielen Schulklassen in Österreich, hauptsächlich in den Städten, gibt es ja bereits jetzt große Probleme mit nicht deutsch sprechenden Migrantenkindern und ihren oft auch religiös motivierten Mentalitätsunterschieden. Wie groß ist eigentlich die Belastung für die Lehrer und die anderen Schüler, Herr Abgeordneter? Ja, die Belastungen sind sicherlich für alle sehr, sehr groß. Und am meisten Energie kostet aus meiner Sicht die Beseitigung der vorhandenen Sprachprobleme. Das ist eine ganz, ganz große Herausforderung für alle Lehrkräfte. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass es auch andere Probleme gibt, die wir importiert haben und die in der Vergangenheit importiert wurden. Und die Konfliktpalette ist hier eine sehr, sehr breite. Das Recht von Religionskonflikten über steigendes Gewaltpotenzial in Schulen bis hin zu Respektlosigkeit, zu mangelnden Respekt in den Schulen, vor allem gegenüber Frauen bzw. Lehrerinnen, die hier von Migrantenkindern sehr oft nicht akzeptiert werden. Und dahinter verbirgt sich am Ende des Tages ja nichts anderes, als dieser Kampf der Kulturen, den Samuel Huntington bereits vor, glaube ich, 30 Jahren beschrieben hat. Und dieser Konflikt der Kulturräume ist zu uns getragen worden. Und wir sollen das jetzt lösen und wir sollen das jetzt ausbaden. Aber die Bundesregierung, die schwarz-grüne Bundesregierung versagt hier völlig. Diese Masse an Kindern und Jugendlichen plus der oft großfamiliäre Anhang, der muss ja bei uns versorgt werden. Der österreichische Steuerzahler sorgt hier quasi für Logis, für Verköstigung und Bargeld. Und die nicht deutsch sprechenden Kinder werden ja auch mit Schulutensilien versorgt. In Zeiten von Inflation und Teuerung ist das ja eigentlich recht frech, was die schwarz-grüne Regierung da den arbeitenden Österreichern abverlangt, oder? Es ist genau so. Die Österreicherinnen und Österreicher müssen das Versagen von Nehammer, von Kogler, von Kana usw. ausbaden. Und ja, sie haben recht. Diese Bundesregierung ist eine Zumutung für unser Land und für die Bürgerinnen und Bürger. Ja, wissen Sie, Herbert Kickl hat in jüngster Vergangenheit zwei Begriffe geprägt. Das ist zum einen der Begriff Festung Österreich und das ist zum anderen der Begriff des Volkskanzlers. Was bedeutet das? Herbert Kickl will ein Kanzler sein für das Volk, für die Österreicherinnen und Österreicher. Und er will dafür Sorge tragen, dass unser Land nicht mehr von einer Zuwanderungswelle nach der anderen überflutet wird, sondern dass die Grenzen Österreichs kontrolliert und geschützt werden, dass Asyl und Zuwanderung nicht mehr vermischt werden und dass die gesetzlichen Regelungen ganz einfach eingehalten werden. Zum Schutze der Österreicherinnen und Österreicher. Und das ist unser Verständnis, wenn wir als FPÖ von Festung Österreich und von einem Volkskanzler sprechen. Noch kurz ein anderes Thema. Was sagen Sie dazu, dass die grüne Spitzenkandidatin für die EU-Wahl, die Lena Schilling, in einem Wiener Gymnasium aus ihrem Buch Radikale Wende vorlesen durfte? Sinn hier nicht das Indoktrinationsverbot und die politische Ausgewogenheit verletzt? Ja, selbstverständlich. Aus meiner Sicht kann es nicht sein, dass die Spitzenkandidatin der Grünen für die EU-Wahl eine in Anführungszeichen Lesung in einer Schule abhält und das mitten im Wahlkampf. Das darf eine Bildungsdirektion ganz einfach nicht bringen. Vor allem auch deswegen nicht, weil nicht einmal der Versuch unternommen wurde, auch Kandidaten anderer Parteien einzuladen, um hier allen die gleichen Chancen zu geben. Also Sie wissen wahrscheinlich, wir haben hierzu eine Anfrage auch an den Bundesminister für Bildung gestellt und der schreibt in seiner Antwort unter anderem, dass von den Schülerinnen und Schülern auch sehr kritische Fragen an die Vortragende gestellt wurden, wie zum Beispiel, wie stehen Sie zu den Protesten der sogenannten Klimakleber oder inwieweit waren die nicht genehmigten Protestformen gegen die Lobau-Autobahn und die Stadtstraße zulässig? Oder eine dritte Frage, wo sehen Sie Grenzen der Zulässigkeit politischer Protestformen der Zivilgesellschaft auf Basis der Rechtsstaatlichkeit? Also das sind keine kritischen Fragen, sondern ich sehe es als Möglichkeit, dass man hier einen nicht legitimen Protest als zulässig gesund bettet. Und das ist nicht gerade das Musterbeispiel einer kritischen Fragestellung. Das sage ich Ihnen jetzt hier so. Also wie gesagt, so etwas kann eine Bildungsdirektion ganz einfach nicht bringen. Das ist inakzeptabel. Und diese Versuche, Jugendliche politisch zu indoktrinieren, die darf es künftig ganz einfach nicht mehr geben. Herr FPÖ-Bildungssprecher Brüggel, vielen Dank für das Gespräch. Ja, vielen Dank, Herr Reismann, dass Sie mich wieder zu Ihrem Podcast eingeladen haben. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen guten Tag und liebe Grüße nochmals nach Wien. Der blaue Podcast FPÖ aktuell.